Musik Die 22-jährige Revelle Belmayne aus Sydney startet im Jahr 1994 eine vielversprechende Karriere. Sie hat einige Aufträge als Model und als Tänzerin ergattert und plant, am 7. September für eine sechswöchige Tour, wo sie als Tänzerin im Rahmen eines Kabarets auftreten soll, nach Japan zu reisen. Am 6. möchte sie zuvor noch ihre Eltern, die in Soldiers Point leben, besuchen. Doch als ihre Mutter Jen Revelle am Bahnhof abholen möchte, ist sie nicht im Zug und auch mit dem nächsten Zug kommt sie nicht. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Jen nimmt Kontakt mit Revelles Mitbewohnerin in Sydney auf, doch weder sie noch ihre anderen Freunde dort wissen etwas über ihren Verbleib. Ihre Eltern geben eine Vermisstenmeldung auf. In Revelles Zimmer befindet sich ihr Flugticket nach Japan für den 7. September, ihre fertiggepackte Tasche sowie ihr Ausweis. Offenbar hatte sie sich also nicht auf den Weg zum Zug gemacht, um ihre Eltern zu besuchen, da sie diese Dinge alle mitgenommen hätte. Ist sie also bereits am Vortag bzw. am Abend zuvor verschwunden? In den Tagen nach ihrem Verschwinden findet die Polizei zunächst ihren Schlüssel, der in einer Straße liegt, sowie einen ihrer Schwurmen, und zwar in einem Müllcontainer. Dies ist ziemlich beunruhigend. Sowohl die Polizei als auch ihre Familie geht davon aus, dass Revelle etwas zugestoßen ist. Nur wenige Tage nach ihrem Verschwinden erscheint eine Zeitschrift, Oister, die sie auf dem Cover zeigt. Revelle war sehr aufgeregt wegen dieses Jobs. Es war das erste Mal, dass sie einen Modeljob erhalten hatte, bei dem sie auf dem Cover abgebildet wurde. Doch die Polizei findet heraus, dass Revelle zusätzlich zu ihrer Modeltätigkeit für zwei Escort-Agenturen gearbeitet hat, die sie zwecks privater Kontakte an Männer vermittelten. Diese Tätigkeit hat Revelle ihren Eltern komplett verschwiegen. Auch ihr fester Freund, Piers Fischer-Pollard, der ebenfalls in Sydney lebt, wusste nichts von Revelles Tätigkeit. Am 5. September war ihr letzter Arbeitstag in diesem Bereich und ihre Freundinnen sagen, dass sie sich darauf gefreut hatte, diese Tätigkeit nun aufgeben zu können, da sie nun bessere Aufträge im Modelbereich hatte. Am Mittag des 5., nachdem sie sich mit ihrem Freund Piers getroffen hat, meldet Revelle sich bei der Agentur Select Companions, die von Jane und Zoran Stanojevic geführt wird. Revelle sagt, dass sie an diesem Tag zur Verfügung stehen würde und Jane vermittelt ihr zwei Kundentermine. Einen um 4 Uhr am Mittag bei dem 28-jährigen Gavin Seymour in Kingsford, sowie einen weiteren um 7 Uhr am Abend bei Bojan Prudovic, einem Freund des Ehepaares Stanojevic, der aus Serbien zu Besuch ist. Jane sagt zu Revelle, dass sie vor allem bei dem zweiten Termin pünktlich sein soll, da sie bei ihrem Freund Eindruck hinterlassen möchte. Revelle meldet sich gegen 4 Uhr erneut bei der Agentur und bestätigt, bei Gavin Seymour eingetroffen zu sein. Zwei Stunden später ruft sie wieder an und teilt mit, dass der Termin zu Ende sei und sie sich nun auf den Weg zum nächsten Termin machen würde. Doch wie beim Verhör von Gavin Seymour herauskommt, verlässt sie seine Wohnung zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er überredet sie, das Treffen zu verlängern, ohne ihre Agentur zu informieren. Dies ist eigentlich von der Agentur verboten, da sie sonst an dem verdienten Geld keinen Anteil bekommt. Revelle hat ja außerdem eigentlich um 7 Uhr bereits den nächsten Termin für die Agentur, doch sie nimmt Gavins Angebot an und bleibt länger bei ihm. Wie lange genau ist unklar. Um Viertel nach sieben am Abend telefoniert sie mit einer Freundin, Kate Brentnell, die aussagt, dass sie gemerkt hätte, dass Revelle nicht wirklich Zeit hatte und dass sie angenommen hat, dass sie bei einem Kunden sei. Revelle verspricht ihr einen Rückruf eine Stunde später, doch der erfolgt nicht. Auch ihr Freund Pierce versucht, sie später noch über ihren Pager zu erreichen, da Revelle eigentlich noch bei ihm vorbeikommen wollte, jedoch erfolglos. Pierce meldet sich noch in der Nacht bei der Polizei, jedoch haben die Ermittler zu diesem Zeitpunkt, als Revelle erst wenige Stunden lang verschwunden ist, wenig Interesse und denken vermutlich, dass sie in Kürze wieder auftauchen wird. Erst als ihre Mutter sich am nächsten Tag bei der Polizei meldet, beginnen erste Untersuchungen. Auch Pierce wird überprüft, scheidet aber für die Polizei als Verdächtiger schnell aus. Gavin gibt bei seinen weiteren Befragungen an, dass Revelle eine Stunde länger als geplant bei ihm gewesen sei und dass er sie dann an der Bar The Red Tomato abgesetzt hätte. Sie sei auf die Bar zugelaufen und dann hätte er nichts mehr von ihr gesehen. Im Red Tomato wird Revelle an diesem Abend allerdings von niemandem gesehen. Der Besitzer ist sich sicher, dass sie nicht da gewesen ist. Gavin selbst kauft in einem benachbarten Laden Zigarren und Likör und macht sich seiner Aussage nach sofort wieder auf den Heimweg. Sollte seine Aussage stimmen, dass Revelle eine Stunde länger bei ihm war, müsste er sie eigentlich bereits um etwa sieben Uhr an der Bar abgesetzt haben, doch ihre Freundin Kate hat um viertel nach sieben bei dem Telefonat noch den Eindruck, dass sie bei einem Kunden ist. Darüber hinaus müsste Gavin, falls er wirklich sofort wieder nach Hause gefahren ist, allerspätestens um acht Uhr wieder dort gewesen sein. Gavins feste Freundin Michelle, die an diesem Tag ihre Familie in Brisbane besucht, behauptet aber, dass sie den ganzen Abend lang erfolglos versucht hatte, ihn anzurufen. Erst um 22 Minuten nach neun sei er dann an sein Telefon gegangen. Nun behauptet Gavin, dass sein Telefon einen technischen Defekt hatte und erst nicht richtig funktioniert hat. Ganz abgesehen vom restlichen Geschehen hatte Gavin in der Abwesenheit seiner Freundin ihre Klarinette in ein Pfandleihaus gebracht, um Revelle von dem dort erhaltenen Bargeld zu bezahlen. Kaum nötig zu erwähnen, dass die Beziehung zwischen ihm und Michelle anschließend nicht mehr lange gehalten hat. Zunächst weiß sie jedoch nichts von Gavins Treffen mit Revelle und kehrt zwei Tage später aus Brisbane zurück. Ihr fällt auf, dass Gavin sein zuvor vollgestopftes Auto komplett leer geräumt hat und dass er die Rücksitze nach unten geklappt hat. Dies findet sie erst allerdings nicht so merkwürdig. Sie nimmt an, dass er aufgeräumt und die Rücksitze umgeklappt hat, da er surfen wollte und sein Surfboard transportiert hat. In seiner Wohnung angekommen, stellt Michelle dann erstaunt fest, dass Gavin sogar seine Bettsachen gewaschen und gewechselt hat. Wenige Tage später allerdings taucht bereits die Polizei bei Gavin auf und Michelle findet so heraus, dass er sich eine Eskordame bestellt hat. Die Sachen von Revelle, also ihr Schuh und ihre Schlüssel, wurden nicht weit von Gavins Wohnung entfernt gefunden. Da es einige Ungereimtheiten des Ablaufs des Abends des 5. gibt und die Polizei auch sonst keine konkreten Beweise gegen Gavin hat, bleibt es bei Befragungen. Festgenommen wird er nie. Dennoch gilt er für die Polizei damals als der Hauptverdächtige. Es gehen jedoch auch andere Hinweise ein. Revelles Agentur hat viele wohlhabende Klienten, darunter einen Mann namens Mark Coulton. Er hatte Revelle bereits öfter gebucht. Ein Freund von Mark, Jeremy Coughlin, erzählt der Polizei, dass Mark einige Bemerkungen über Revelles Verschwinden gemacht hätte. Unter anderem hätte er gesagt, dass die Leute doch dumm seien, an irgendwelche Gerüchte über Revelles Verbleib zu glauben. Revelle sei zehn Fuß tief vergraben und niemand würde sie je finden. Er fügt hinzu, dass dies das wäre, was man bekommt, wenn man versuchen würde, seine Agentur zu betrügen und darüber hinaus sogar Kunden unter Drogen setzt, um ihr Geld zu stehlen. Mark soll es so dargestellt haben, als hätte der Besitzer der Agentur ihren Tod gewollt, da sie die Agentur geschädigt hätte. Mark verrät Jeremy den Namen des vermeintlichen Täters nicht, doch er behauptet zu wissen, dass es etwas mit ihrem Arbeitgeber zu tun hat. Vor der Polizei leugnet Mark dann die ganze Geschichte und behauptet, nichts über Revelles Tod zu wissen. Es ist auch unklar, um den Besitzer welcher Agentur es sich handelte. Revelle hatte ja für zwei Agenturen gearbeitet und Mark Coughlin war bei beiden dieser Agenturen Kunde. Er hatte Revelle sehr oft gebucht und hat ihr seinen Angaben nach sogar das Geld für ihre Reise nach Japan gegeben. Er sagt, sie wollte unbedingt bei dieser Tour dabei sein und sie hätte ihm leid getan. Jane Stanojevic, die mit ihrem Mann Soran eine der Agenturen geleitet hat, sagt, dass Revelle nur sechs Wochen lang für sie tätig gewesen sei. Neben dem Zeitschriftencover war Revelle zum Zeitpunkt ihres Verschwindens als Model auf mehreren Billboards und an verschiedenen Bushaltestellen abgebildet. Jane beschreibt, wie gruselig es gewesen sei, dass Revelle verschwunden sei und doch hätte sie sie überall gesehen. Sie erzählt, dass es über Revelle deutlich mehr Kundenbeschwerden gegeben hätte als über die anderen Mädchen, insgesamt mindestens sechs Stück, also rund eine pro Woche. Die Kunden seien der Ansicht gewesen, dass Revelle sich ziemlich cool und uninteressiert gezeigt hätte. Darüber hinaus hat Revelle nicht jeden Kunden angenommen und hatte gleich eine ganze Liste von Ausschlusskriterien, zum Beispiel hat sie keine Kunden in bestimmten Wohngegenden besucht, die ja suspekt waren, außerdem keine älteren Männer und so weiter. Jane wird gefragt, was sie gemacht hat, als Revelle nicht zu dem Termin um sieben am Abend erschienen sei, der für Bojan Prudovic, einen ihrer eigenen Freunde aus Serbien, gedacht war. Jane sagt, dass sie sich nicht darüber gewundert hätte, denn Revelle sei immer unzuverlässig gewesen und oft zu Terminen nicht erschienen. Sie hätten einfach ein anderes Mädchen zu dem Termin geschickt und damit war die Sache für sie erledigt. Allerdings sind die Befragungen von Jane und ihrem Mann Soran voller gegenseitiger Widersprüche. Jane behauptet, dass sie an dem Tag selbst überhaupt nicht im Büro ihrer Agentur war. Ihr Mann Soran sei etwa ab halb sieben am Abend dort gewesen, nachdem sie an dem Tag einen Fernseher gekauft hatten und Pizzaessen waren. Doch Soran selbst behauptet in seinen Befragungen ebenfalls, an dem Samstag nicht gearbeitet zu haben. Er sagt, dass er mittags zwischen zwei und drei kurz im Büro war und anschließend, nach dem Kauf des Fernsehers, sei er dann erneut kurz im Büro gewesen, um den Fernseher dort zu installieren. Dann sei er wieder nach Hause gefahren. Revelles Eltern sind verzweifelt, da sie kaum Informationen über die Ermittlungen bekommen und bei ihren Nachfragen oft behandelt werden, als würden sie nerven. Revelles Verschwinden ist nicht die erste Tragödie für die Familie. 18 Jahre zuvor ist ihr Bruder im Pool im Garten ertrunken. Die damals vier Jahre alte Revelle hatte ihn gefunden. Die Polizei kommt bei ihren Ermittlungen nach dem Täter nicht weiter. Doch sie geht, obwohl sie ihre Überreste nicht gefunden hat, mit Sicherheit davon aus, dass sie ermordet wurde. Ihrer Familie erklärt die Polizei auf die Frage, warum es keine Suchen nach ihren Überresten geben würde, dass sie überhaupt keine Ahnung hätten, wo sie mit einer solchen Suche beginnen sollen. Vier Jahre vergehen. Der Fall, der inzwischen ungelöst geschlossen wurde, wird wieder aufgenommen. Soran ändert nun seine damalige Aussage erheblich. Er behauptet, dass er am Tag von Revelles Verschwinden nicht gearbeitet hätte, sei ein Missverständnis gewesen. Er hätte damit gemeint, dass er tagsüber nicht gearbeitet hat. Abends, nach der Installatur des Fernsehers im Büro, hätte er in Wirklichkeit eine junge Frau, Kelly, zu einem Kundentermin gefahren. Anschließend hat Revelle, die er den Termin bei Bojan Povolic wahrnehmen sollte, sich immer noch nicht gemeldet. So fährt er Kelly nach ihrem ersten Termin zu Bojan, wartet während des Termins auf sie und fährt sie anschließend noch zu einem weiteren Kunden. Als er sie von dort aus nach Hause fährt, hätte er auch noch einen platten Reifen gehabt. Revelle hätte er an dem ganzen Abend nicht gesehen und er hätte auch nichts von ihr gehört. Weder Kelly, die Frau, die an dem Abend von Soran zu den Terminen gefahren wurde, noch Bojan Povolic wurden bisher von der Polizei befragt. Bojan befindet sich nun schon lange nicht mehr in Australien. Er ist interessanterweise bereits einen Tag nach ihrem Verschwinden abgereist und zwar nach Thailand mit einem Flugticket, das Soran ihm kurzfristig besorgt hatte. Als die Polizei nun Untersuchungen zu ihm beginnt, stellt sie fest, dass das Hotel, in dem er angeblich gewesen ist, keinen Eintrag über seine Anwesenheit dort hat. Zumindestens kann die andere Escort-Dame, Kelly, nun ermittelt werden und wird zum ersten Mal, vier Jahre nach Revelles Verschwinden, über den Abend befragt. Sie bestätigt alles, was Soran erzählt hat, sagt, sie hätte sich mit Sorans Freund Bojan sowie mit zwei weiteren Kunden getroffen. Doch auch die Hotels, wo die beiden anderen Kundentermine waren, haben keine Einträge über die angeblichen Klienten. Auch im Jahr 2002, bei der Wiedereröffnung des Falles, bekommt die Polizei nicht die entscheidenden Hinweise, nach denen sie sucht. Es gehen in den folgenden Jahren allerdings immer wieder vielversprechende Hinweise ein, die darauf hindeuten, dass es einige Personen zu geben scheint, die mehr über das wissen, was am Abend des 5. September 1994 geschehen ist. Langsam ergibt sich ein Bild des Ganzen, doch alle der Hinweise, die die Polizei hat, sind anonym. Sie brauchen zumindest einen Zeugen, der bereit ist, eine Aussage zu machen, da es ansonsten überhaupt keine Beweise zu einer Verurteilung von irgendjemandem gibt. Weitere 16 Jahre vergehen. Gavin Seymer geht nach dem Vorfall nach Tasmanien, da ihn in Sydney jeder für den Täter hält. Dort wird er im Jahr 2018 angezeigt, wegen Diebstahl und zwar von seiner eigenen Schwester. Danach kehrt er wieder nach Sydney zurück, wo er einen Job bei Rosa Rosenberg erhält, um die er sich kümmert. Sie zeigt ihn im Jahr 2019 an und behauptet, er sei ein Psychopath, hätte sie mit einem Messer bedroht und gesagt, er würde ihr die Kehle durchschneiden. Gavin würde selbst jede Nacht mit diesem Messer unter dem Kopfkissen schlafen und hätte es auch immer dabei, wenn er unterwegs ist. Rosa hat nun erhebliche Angst vor ihm. Gavin wird wegen ihren Vorwürfen angeklagt, doch die Anklage wird fallen gelassen, als Rosa stirbt, bevor der Prozess beginnt. Sie stirbt bei einer Explosion in ihrem Apartment. Der Gerichtsmediziner selbst sagt, er konnte es kaum glauben. Das Ganze sei wie aus einem schlechten Roman. Die Explosion hätte Anzeichen davon, dass sie absichtlich herbeigeführt worden sei, doch es könnte auch ein Unfall gewesen sein. Gavin Samer ist durch den Vorfall wieder ins Interesse der Medien gerückt, was ihm gar nicht gefällt. Bereits damals nachgewähltes Verschwinden und auch nun nach dem Tod von Rosa verweigert er, Interviews zu geben und reagiert äußerst genervt auf die Presse. Schließlich wendet er sich selbst hilfesuchend an die Polizei und bittet um Schutz vor der Presse. Die Polizei kann ihm nicht helfen. Bei Fragen der Polizei zum Tod von Rosa Rosenberg zeigt Gavin sich äußerst unkooperativ und schnell aufbrausend. Dann in den nächsten vier Jahren nimmt die inzwischen völlig neue Ermittlergruppe, die mit dem Fall von Revelle beschäftigt wird, eine weitere alte Spur erneut unter die Lupe. Während das erste Ermittlerteam es damals nicht für besonders aufregend gehalten hat, dass Soran Stanoyevich seine Angaben über seinen Aufenthaltsort am betreffenden Abend völlig verändert hatte und nicht mehr weiter dahingehend nachgeforscht hatte, findet die neue Ermittlergruppe die Diskrepanz in seinen Aussagen auch ziemlich verdächtig. Soran ist inzwischen nicht mehr mit Jane verheiratet. Jane sagt nun, dass sie damals nicht daran glauben wollte, dass ihr Mann etwas mit der Sache zu tun haben könnte, doch inzwischen sei in ihr selbst Zweifel gekommen. Sie sagt, dass sie bereits damals, direkt nach Revelles Verschwinden, Kontaktinformationen von vier Personen an die Polizei gegeben hat und sie der Polizei empfohlen hatte, sich mit diesen Personen dringend zu unterhalten. Es handelt sich um drei Kolleginnen von Revellen sowie einen jungen Mann, der Arzt gewesen sei und zu Revelles engeren Bekanntenkreis gehört hat. Keiner von ihnen wurde damals vernommen. Die Polizei geht alle der alten Informationen und Aussagen erneut durch und befragt auch einige Zeugen nochmal. Es heißt, der Schlüssel, den Fall zu lösen, läge darin, ob Revelle in der Nacht ihres Verschwindens nach ihrem Termin bei Gavin noch eine andere Person, möglicherweise einen Kunden oder auch einen Freund getroffen hätte. Falls eine Person, die Revelle in der Nacht noch nach Gavin getroffen hat, für die Tat verantwortlich ist, hat diese Person ihre Sachen, also ihren Schlüssel, ihren Schuh und weitere Dinge, möglicherweise bewusst in der Gegend zurückgelassen, in der ihr vorheriger Kunde Gavin gewohnt hat, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Im Jahr 2021 wird der inzwischen 63-jährige Soran festgenommen. Allerdings nicht wegen des Mordes an Revelle, sondern wegen Diebstählen und Drogengeschäften. Doch auch betreffend Revelle wird er erneut vernommen und plötzlich gibt er Preis, dass er von Beweismitteln wüsste, die die Polizei nie gefunden hat. Erst vor kurzem, 29 Jahre nach ihrem Verschwinden, wurden Revelles damaliges Apartment sowie zwei weitere Anwesen in Sydney nach Hinweisen durchsucht. Nach der Ausschreibung von einer Million australischen Dollarn für Hinweise ein Foto erhalten, das sie im Juli öffentlich gemacht hat. Das Foto zeigt einen Mann und die Polizei möchte im Zusammenhang mit der Tat an Revelle dringend wissen, um wen es sich dabei handelt. Inzwischen hat die Polizei bekannt gegeben, dass sie nun die Identität des Mannes kennen würde und dass daran gearbeitet würde, herauszufinden, was dieser Mann am Abend des 5. September 1994 gemacht hat. Trotz der hohen ausgeschriebenen Geldsumme hatte die Polizei das Foto anonym erhalten. Da aktuell die Ermittlungen auf Hochdruck laufen, sind keine weiteren Details dazu bekannt. Doch die Ermittler haben zuversichtlich geäußert, dass sie nun Informationen und Beweise hätten, die vermutlich für eine Anklage ausreichend seien. Darüber soll voraussichtlich im Februar 2024 ein Gericht entscheiden. Bis dahin wird die Öffentlichkeit vermutlich nicht erfahren, wer denn nun die Person ist, die für den Mord an Revelle angeklagt werden könnte, also ob es sich um eine bereits bekannte Person, den Mann auf dem Foto oder um eine ganz andere Person handelt und welche neuen Erkenntnisse die Polizei nun genau hat. Fest steht allerdings, dass Gavin Samer nicht mehr zum Kreis der Verdächtigen gehört und auch Mark Kooten, der vor einem Freund über Vorgänge im Zusammenhang mit der Tat geredet hat, soll laut der Polizei nicht involviert sein. Revelles Eltern sind beide bereits verstorben, ohne zu erfahren, was damals, im Jahr 1994, wirklich geschehen ist. Ihre Schwester Sue Ellen engagiert sich weiter für die Klärung des Falles. Sobald es neue Informationen dazu gibt, werde ich euch natürlich hier updaten. Was denkt ihr, ist es eine der Personen, die bereits bekannt sind oder ist es vielleicht tatsächlich eine ganz andere Person, also ein Kunde zum Beispiel, den Revell in der Nacht noch getroffen hat? Ich bin wie immer auf eure Kommentare gespannt. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden und aktiviert noch die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Musik Untertitelung des ZDF, 2020